Creepypasta 11 Der antiquanische Gigant Früher ging ich oft tauchen. Heute tauche ich zwar nicht mehr so oft, doch früher war ich dabei wirklich in mein Element. Ich hatte meinen Tauchschein und die ganze Ausrüstung. Es ist wunderschön dort unten. Der blass gemusterte Sand, das Wasser, welches in der Ferne wie ein blauer Nebel verschwimmt. Dazu dieses Funkeln in Farben, die du nie zuvor gesehen hast und erst die vielen Fischschwärme. Ich habe bereits viele Fracks und Grotten erkundet, aber am besten ist es dort zu tauchen, wo die Riffe in die Tiefe des Meeres führen. Hier kann man die meiste Bewegung beobachten, wenn die Tiefseefische zum Fressen aufsteigen. Wie auch immer, eines Tages trieb ich in der Nähe von Antico entlang. Ich war etwa 15 Meter hinabgetaucht und hatte zwei Sauerstofftanks, sodass ich mehrere Stunden unter Wasser bleiben konnte. Das bunte Korallenriff neigte sich links von mir und Felsen und Algen unterbrachen die große Fläche Sand zu meiner Rechten. Ich sah bis dahin noch nicht viel und mir wurde etwas langweilig. Doch dann sah ich diesen riesigen Oktopus. Es war einer der Tiefsee-Oktopusse, der vielleicht versehentlich von der Strömung hinaufgetrieben wurde. Normalerweise kommen sie nicht zum Jagen hoch. Er sah träge aus und reagierte nicht, als ich auf ihn zuschwamm. Oktopusse sind keine freundlichen Lebewesen. Wenn du es schaffen solltest, einem näher zu kommen, fliehen sie normalerweise innerhalb von Sekunden. Bestimmt hast du schon Videos von Oktopussen gesehen, wie sie ihre Farbe verändern, um sich ihrer Umgebung anzupassen. Nicht jede Art ist dazu in der Lage, aber sie sind alle sehr gut darin, sich zu tarnen. Also ist es auch eine seltene Gelegenheit, einen Tiefsee-Oktopus aus der Nähe zu sehen. Von der Krone bis zum Schnabel war er etwa einen halben Meter groß und dunkelgrün gefärbt. Seine bunten Tentakel mit blasser Unterseite waren um ihn geschlungen. Ihre Länge betrug ausgestreckt vielleicht zwei Meter. Seine Iris sah aus wie ein goldener Ring um seine verengten Pupillen. Er war halb tot und hatte Schwierigkeiten, sich fortzubewegen. Ich entschied mich näher heranzuschwimmen. In meiner Nähe waren ein paar Yellow-Tails und ich spießte einen mit meinem Messer auf. Tut mir leid, wenn du das als Falsche erachtest, aber ich bin keiner von diesen Nichts-Anfassen-Tauchern. Vorsichtig näherte ich mich dem Oktopus und gab ihm meinen Fisch. Ich schob ihn in seine Richtung und ließ ihn auf den Oktopus zutreiben. Erfolg! Er floh nicht, sondern streckte vorsichtig seinen Arm nach dem Fisch aus, umschloss diesen und brach ihn mit seinem Schnabel durch, bevor er ihn verschlang. Ich schwamm näher, um ihn auf meine Anwesenheit aufmerksam zu machen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde wurde er lebhafter und gewöhnte sich an meine Anwesenheit. Wahrscheinlich habe ich mit meinem Geschenk sein Vertrauen gewonnen und er fing sogar an, mit mir zu spielen, indem er erst von mir weghuschte und dann wieder zurück. Ich hatte einen Leuchtstab dabei, den ich normalerweise brauche, um Höhlen oder Schlamm zu untersuchen und ich dachte, ich könnte ihm vielleicht beibringen, ihn zu holen. Ich brach den Stab und winkte ihm damit zu, bis ich seine Aufmerksamkeit hatte. Dann warf ich den Stab zur Seite. Natürlich flog er unter Wasser nicht so weit, doch der Oktopus schwamm ihn hinterher und packte ihn mit seinen Tentakeln. Es sah nicht so aus, als ob er zurückschwimmen würde, also ging ich näher ran. Er winkte mir mit dem Stab und schleuderte ihn dann zur Seite. Er machte mich nach. Als ich den Stab wiederholte, kam mir eine interessante Idee. Neben uns war ein großer, flacher, mit Schlamm bedeckter Felsen. Vorsichtig, um den Belag nicht zu zerstören, nahm ich den Stab und zeichnete langsam eine grobe Figur eines Menschen. Zwei Arme, zwei Beine und einen runden Kopf aus einem einfachen Kreis. Der Oktopus schien alles mit Interesse zu beobachten. Ich warf ihn den Stab zu und er fing ihn mit Leichtigkeit auf. Er saß da und spielte damit. Für einen Moment dachte ich, meine Erwartungen waren zu hoch. Doch dann setzte er den Stab auf den Schlamm und begann seine Zeichnung zu kritzeln. Sie war grober als meine, jedoch waren die Striche sauber und gerade. Die Proportionen waren alle falsch. Er hatte den Kopf und Körper als einen Kreis gemalt und die Zeichnung hatte viel zu viele Beine. Ich war wirklich glücklich, dass er mich nachahmte. Ich hatte gehört, dass Oktopusse intelligent wären. Aber das übertrifft alles. Doch dann traf es mich wie ein kalter Schauer. Der Oktopus ahmte mich nicht nach. Er zeichnete sich selbst. Wenn ich wenigstens eine Videokamera dabei gehabt hätte. Die Auswirkungen davon wären riesig gewesen. Ich wäre heute ein berühmter Mann. Das einzige Tier, was ich sonst kenne, welches im Stande ist, Bilder von sich zu zeichnen, ist der Affe. Der Verwandte der Menschen. Dass der Oktopus, welcher kein Wirbeltier ist, die mentale Veranlagung hat, so eine Leistung zu bringen, würde die Wissenschaft auf den Kopf stellen. Dennoch, ich hatte keine Kamera und niemand der Wissenschaftler, den ich von den Oktopus erzählt habe, hat mir geglaubt. Sie alle reagierten mit unverständlicher Skepsis. Ich würde meine gesamte Zeit damit verbringen, der Sache selbst auf den Grund zu gehen. Doch ich kann mich einfach nicht mehr dazu bringen, wieder tauchen zu gehen. Jedenfalls, als ich dies realisierte, wurde ich aufgeregt. Der Oktopus gab mir den Stab zurück und ich zeichnete grobe Figuren von anderen Seellebewesen. Wir setzten dies für etwa eine Stunde fort und der Oktopus trug genauso viele Zeichnungen bei wie ich. Er zeichnete sogar etwas, das aussah wie ein U-Boot mit Steuerturm, Propeller und sogar Öffnungen für Torpedos. Dann führte mich der Oktopus zu einer anderen Seite des Felsens, einer schwarzen Leinwand. Weiter unten in einer Ecke malte er uns beide noch einmal. Etwa ein paar Zentimeter groß. Dann begann er sorgfältig an einer viel größeren Zeichnung zu arbeiten. Zuerst dachte ich, es soll ein Wal werden, aber Wale haben etwa die Größe eines U-Bootes, ein Wal würde also nicht diese Maße erfüllen. Zudem sahen die Proportionen alle falsch aus, es war buckliger und stämmig und es hatte seltsame Dinger an seinem Körper, die nicht gerade nach Flossen aussahen. Ich konnte es nicht einordnen. Vielleicht eine Ölplattform? Nein. Die Linien waren zu natürlich und ein Oktopus konnte nicht wissen, wie eine Ölplattform von oben aussieht. Als die Zeichnung fertig war, setzten wir beide uns und betrachteten sie für eine Weile. Ich nahm den Stab vom Oktopus und zeichnete erst einen Kreis um uns und zog dann eine Linie zu dem großen Ding. Ich bin mir nicht sicher, ob der Oktopus meine Verwirrung verstand, denn er saß nur da und wollte nicht einmal den Stab wieder haben. Dann schwamm er weg. Ich folgte ihm eine Weile, es war, als würde er sein Tempo an meines anpassen. Er wollte mich irgendwo hinführen. Dann drehte er um und schoss in die Tiefen hinter den Riff. Ich hatte nicht mehr viel Sauerstoff und ich konnte nicht noch tiefer gehen, also musste ich ihn gehen lassen. Er stoppte kurz, sah mich an und huschte weiter, während er langsam im Tiefenblau verschwand. Ein paar Minuten starrte ich ihm noch hinterher, um zu sehen, ob er wiederkommen würde, doch da war nichts. Ich sah mir noch die anderen Fische an und machte mich langsam auf den Weg zurück zum Boot. Dann plötzlich hörte ich ein tiefes, alles durchdringendes Geräusch überall um mich herum. Es war nicht wirklich laut, eher riesig, als käme es vom Meeresgrund selbst. Ich habe schon von Unterwassereruption gehört, aber ich habe nie eine miterlebt und fragte mich, ob es jetzt geschah. Doch das hörte sich nicht wie etwas Natürliches an. Es hörte sich an wie der Ruf eines Tieres, verlangsamt auf eine tiefe, trönende Frequenz und verstärkt von tausenden Lautsprechern sehr weit weg. Ich hatte an diesem Tag die Gelegenheit, einen Blick auf den Seismografen zu werfen. Doch es war nichts auf dieser Frequenz zu sehen. Ich weiß wirklich nicht warum. Die Fische wurden aufgescheucht und jagten in die schützenden Korallenriffe. Und nicht nur die Rifffische, sondern auch die viel größeren Fische vom offenen Meer schwammen sehr viel schneller an mir vorbei. Zwischen ihnen kam auch der Oktopus wieder, er oder einer seiner Art. Er schwamm zu mir und sah mich ernst an, wenn man es so bezeichnen kann. Dann schwamm er auch mit den anderen Fischen weg. Das Geräusch erklang wieder. Während ich in die Tiefe blickte, bemerkte ich allmählich einen großen, schwarzen Fleck. Es war sehr schwer zu sagen, wie groß oder weit weg er war. Doch es war genug von beiden, um auf der Stelle kehrt zu machen. Es war mehr als nur ein Schatten im trüben Wasser. Aber es war kein Wal oder irgendetwas von Menschenhand. Ich konnte nicht einmal sagen, ob es nur eine Kreatur war. Es sah so aus, als strömten lange Fäden aus ihm heraus. Etwas wie Seetank oder Quallententakeln, allerdings viel größer. Es war wie ein uraltes, missgebildetes Stück eines Korallenriffs, welches abbrach und hinausschwamm. Zumindest den Teil, den ich sehen konnte, der Rest schien in den Tiefen zu verblassen. So als ob das riesige Ding, was ich sah, nur der Arm einer viel größeren Kreatur war. Ich habe noch nie einen Flugzeugträger von unten gesehen, aber ich denke, so ähnlich würde sein Schatten aussehen. Dieses trönende Geräusch erklang ein drittes Mal. Eine unbegründete Furcht überkam mich. Ich war nicht in Gefahr, es sei denn, das Ding ist schneller als alles, was ich je gesehen hatte. Es war einfach zu weit weg, um mich schnell genug erreichen zu können. Und es sah nicht mal aus, als würde es in diese Untiefen passen. Trotzdem überkam mich das Gefühl, dass wenn ich nicht so schnell ich konnte, wegschwimmen würde, gepackt und in die Tiefen gezogen werden würde, um dann von dieser Kreatur verschlungen zu werden. Ich konnte fühlen, wie mich das Wasser selbst hinunter den schwarzen Schlund zog. Ohne Rücksicht auf die Tiefe oder meine Ausrüstung stieg ich so schnell ich konnte nach oben. Während ich stieg, verkrampfte ich wie zu erwarten, doch ich war immer noch weit vom Boot entfernt. Als ich die Wasseroberfläche erreichte, musste ich das Mundstück im Mund behalten, denn ich konnte mich kaum über den Wellen halten. Es gab keine Möglichkeit, das Boot zu kontaktieren. So weit weg von der einzigen Möglichkeit zu entkommen, wurde meine Panik größer als jemals zuvor. Über der Wasseroberfläche konnte ich die Kreatur nicht sehen oder ob sie kam, um mich in die Tiefe zu ziehen. Ich quälte mich durch den langen, schmerzhaften Weg zum Boot. Endlich bemerkte mich jemand und sie kam, um mich aus dem Wasser zu holen. Ich hatte Benz, eine Taucherkrankheit, die durch zu schnelle Druckentlastung hervorgerufen wird. Ich musste ein paar Wochen im Krankenhaus bleiben, bis ich mich erholte. Der Arzt sagte, es sei ein Wunder, dass ich keine bleibenden Schäden davon getragen habe. Das war meine Geschichte. Tut mir leid, dass ich keine ausführlichen Informationen geben kann. Ich weiß selbst noch nicht, was ich da erlebt habe. Meine Freunde dachten, es sei bloß Einbildung gewesen. Aber Narkose lässt das Gedächtnis nur kurzzeitig schwächer werden. Es wird dabei nicht verändert. Und wenn es Halluzinationen wären, dann waren sie zu lebhaft, um mein Verstand entsprungen zu sein. Naja, seit dem Vorfall habe ich Angst vor Wasser. Ich versuchte, das ein oder andere Mal wieder rauszufahren, doch das Einzige, was ich tun konnte, war zitternd auf dem Boot zu sitzen. Ich glaube, da draußen war wirklich etwas. Etwas, dem ich nicht noch einmal begegnen möchte. Hey Leute, da es schon bald soweit sein wird, möchte ich euch schon einmal das 500 Abonnenten-Special ankündigen. Ihr dürft gespannt sein, aber eins kann ich euch versprechen. Es wird echt genial. Und ihr solltet euch das nicht entgehen lassen. Also, bis zum nächsten Mal bei Creepypasta Deutsch. Also, bis zum nächsten Mal bei Creepypasta Deutsch. Also, bis zum nächsten Mal bei Creepypasta. Vielen Dank.